A STREAM COMES TRUE – heute für euch, live aus der Halle 45, der lustigste Jugendexperte Deutschlands. Er hat extra sein Wohnzimmer abgebaut und hier alles wieder aufgestellt, lehnt euch zurück und habt viel Spaß mit Matthias Jung. Ja, vielen, vielen Dank, schönen guten Abend, herzlich willkommen, ganz ungewohnt ein bisschen, aber ihr seid ja da, hier sehe ich auch ein paar Kommentare, immer mal wieder eingeblendet und von daher hoffe ich, dass wir es uns nett machen, macht es euch nett zu Hause, denn wir haben uns auch ein schönes Thema heute rausgesucht, es geht um Teenager, um Pubertät und ich bin ja von Haus aus Pädagoge, aber kein Lehrer, wobei Schule ist ja überall zu finden im Alltag, weil jetzt ein Café, da kam so eine Bedienung auf mich zu und sagte, ja, wenn sie zehn Kaffee trinken, dann bekommen sie den Elften zum Preis von einem. Da habe ich gesagt, ja, das ist aber ein Schnäppchen, kann man nichts sagen. Wenn man sich mit Teenager beschäftigt, mit Jugendlichen, habe ich schnell festgestellt, man versteht sie nicht. Die haben so ihre eigene Sprache, so eine Jugendsprache. Letztens kamen zwei Jugendliche auf mich zu, die hatten so ein Mittelalter-Slang drauf, weil einer sagte zu mir, ey du Knecht. Da habe ich meine alte Mittelalter-Markter-Erfahrung ausgepackt und habe gesagt, haltet ein, Fremder, nur frisch heraus, damit mich deucht, euch gelüstet ist etwas nach Geselligkeit. Sagt der eine so ein, Alter, komm wir gehen, der Holländer verarscht uns. Also man versteht sie nicht. Dann kommen sie auch noch in diese Pubertät rein, die fängt ja auch immer früher an, viele Eltern werden es wissen zu Hause, mit 10, 11 teilweise schon. Früher im Mittelalter mit 17, 18 erst. Ich hoffe, es wird nicht noch früher, weil ganz ehrlich, ein Junge auf dem Bobbycar mit Vollbart sieht scheiße aus. Braucht kein Mensch. In der Pubertät drin passiert auch ganz viel im Kopf, im Gehirn, die Umbauarbeiten. Gehen von hinten nach vorne, erst der emotionale Teil und dann am Ende das rationale, logische, geplante Teil. Der kommt halt am Schluss und deshalb sind Teenager gerne mal so verplant, verpeilt und so vergesse ich. Und letztens kam eine Mutti zu mir und sagte, oh mein Sohn, der ist so verpeilt. Da kam letztens die Treppe runter und war in Panik, er wäre zu spät für die Schule. Aber es war ja Sonntag. Da habe ich gesagt, was haben Sie denn da gesagt? Da meinte sie, da habe ich gesagt, lauf, der Bus kommt. Ja, man muss es ja auch mal nett machen. Hat sich dann alles geklärt, der Papa hat ihn gefahren. Zu diesen Umbauarbeiten kommen auch noch die Hormone, die ihr Unwesen treiben. Und deshalb sind die manchmal so himmelhoch jauchzend und dann so Tode betrübt und werden laut und beleidigen uns. Gehen richtig ab und viele Eltern gehen dann erstmal raus und sagen, ich brauche da erstmal meine Ruhe. Wichtig ist immer atmen. Atmen. Eine Mutti sagte zu mir, sie hätte ja nie gedacht, dass sie die Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs 15 Jahre später braucht. Sie hat sogar nochmal da angerufen, ob man es nochmal auffrischen könnte. Die Hormone gehen richtig durch. Und Ziel des Teenagers ist es natürlich in der Pubertät, sich abzunabeln. Und das machen die auch zu allen möglichen Themen, wo man manchmal denkt, das gibt es doch gar nicht. Nachbar so ein Bendigt zum Beispiel, den kriegst du in keine Dusche rein. Wenn man das so hört, denkt man, das gibt es doch gar nicht. Aber hat mir auch eine Alterssituation geholfen, um zu begreifen, dass da was dran ist. Ich war in so einem Jack-Wolfsken-Autoladen. Und da kam so ein Herr rein und sagte, ja, ich suche was Wasserabweisendes. Sagt eine Mutter, nehmen Sie meinen Sohn. Ja, unfassbar, den kriegst du da nicht rein. Wichtig ist immer Humor. Das ist immer am wichtigsten. Bendigs Vater hat einen ganz guten Humor. Ja, der hat jetzt seinem Sohn mal zum Geburtstag einen losen Duschkopf geschenkt. Einen losen. Und sagte zu ihm, so, jetzt kannst du in deinem Zimmer duschen, weil der geht über WLAN. Also Humor geht dann immer. Mein Lieblingsthema, aber zum Thema Grenzen austesten, ist das Zimmer. Das Jugendzimmer, das Kinderzimmer. Könnt ihr auch gerne mal hier in die Kommentare schreiben, wie es da bei euch beim Teenie-Zimmer so aussieht. Wie es vielleicht bei euch früher auch ausgesehen hat. Ich war jetzt beim Nachbarsohn mal drin, beim Benedikt. Ich glaube, man kann es erstmal mit Asterix sagen. Ein ganzes Haus ist sauber, aber ein Zimmer leistet erfolgreich Widerstand. Man kommt da rein, überall Wäsche, 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 Wäsche. Teller, Teller, Tassen. Kornfliktschalen von Anno dazumar. Allein das Geschirr. Freunde von uns, die wollen heiraten. Sagt, ich brauche Geschirr für 80 Leute. Aber sie sagt, ja, ich kenne da jemanden. Das ist alles da. Überall Geschirr. Letztens sagt die Mutti noch, jetzt werfen wir noch einen Tab rein. Da läuft die Spülmaschine. Geht auch. Und Flaschen. Also leere Flaschen. Die werden auch gerne etwas länger behalten. Teilweise vom Clever, vom Teenager. In den Schrank geräumt haben wir einen, haben wir gar keinen. Man will sich anscheinend was für die Rente zurücklegen. Die andere Hälfte der leeren Flaschen befinden sich gerne unterm Bett. Also ich hatte früher immer Angst vor einem Monster unterm Bett. Ich weiß nicht, ob es noch gibt. Aber wenn, hat es den Getränkehandel aufgemacht. Alles ist da unten drin. Letztens kam eine Mutti sogar zu mir und hat gemeint, sie überlegt sogar, ihrem Sohnemann ein Hochbett zu kaufen. Weil dann könnte man problemlos einen Pfandautomaten drunter schieben. Eigentlich auch eine ganz nette Idee. Und kaum ist man so im Zimmer drin, dachte ich so nach zwei, drei Sekunden schon. Die Luft. Die Luft ist ein bisschen dünner gerade. Aber, ja, das Fenster wird leider niemals geöffnet. Nee, ich war live dabei im Winkelzimmer. Da gibt es Bettwanzen, die leiden unter Asthma. Ganz, ganz schlimm. Da gibt es so eine Winkelkatze, so eine astiatische. Der Teenie, der Bennig meinte, auch die steht für Reichtum. Und ich sagte, nee, die wedeln nach Luft. Die kann nicht mehr. Boah, da geht es richtig ab. In diesem Zimmer, überall. Das ist natürlich schon, die brauchen ja ihr Zimmer. Zum Zurückziehen. Die haben viel zu begrübeln in der Pubertät. Die ziehen sich da gerne zurück. Und wenn ich da sogar höre, dass Essensreste etwas länger darin verweilen. Das kann passieren. Ich hatte letztens auch, das ist schon ein bisschen her, bei einer Show, saß vorne ein Teenager. Und er sagte einfach so, ja, das kann ja mal vorkommen. Da habe ich zu ihm gesagt, du, eine Pizza für Jahreszeiten heißt nicht so, weil sie lange im Zimmer bleiben soll. Aber kann halt mal vorkommen. Von daher. Naja, die Zimmer sehen schon fies aus. Man muss das so ein bisschen verstehen können. Die haben auf einmal was, die Teenager, was sie als Kinder nicht hatten. Das Gefühl von Privatsphäre ist auf einmal da. Deshalb motzen die auch so, wenn man ohne anzuklopfen die Tür reinkommt. Ja, wenn man wieder rausgeht, lässt die Tür einspalt offen. Was für ein Drama. Die kleine Nede, Nede ist elf, die sagte auch letztens ihren Eltern, Mama, Papa, mein Zimmer ist jetzt für euch geheim. Und die Mama sagte, wegen mir, aber ich würde das Geheimnis gerne mal lüften. Kann man auch verstehen. Ich glaube, so ein, zwei Regeln zum Thema Zimmer sind ganz gut. Die Schmutzwäsche muss zur normalen Wäsche, wenn es geht. Und das Geschirr sollte mit dem Essensresten, sollte wahrscheinlich irgendwann raus. Ansonsten muss man nur ein bisschen warten. Denn bei Bendigt war es so. Sina hat sich angekündigt und da war die Bude auf einmal sauber. Ja, der hatte einen Staubsauger in der Hand. Die Oma hat geheult vor Glück. Der hat die Schmutzwäsche mal wieder in den Wäschekorb gelegt. Das ist so lange her gewesen. Da waren noch drei Strampler von ihm dabei. Ja, und auf einmal geht er sogar ins Bad. Auf einmal geht Bendigt ins Bad. Er hat vorher bei Google Maps nochmal nachgeschaut, wo es genau ist. Und dann war der da drin. Und jetzt, das werden auch einige Eltern schon wissen, wendet sich das Blatt komplett. Jetzt duscht er zwei, dreimal am Tag. Eine Mutter sagt mir, das gibt es gar nicht. Wir haben auf einmal einen Wasserverbrauch. Der macht Seefischen auf dem zweiten Bildungsweg nach. Kann doch nicht wahr sein. Ja, aber ist halt so mit den Mädels. Ja, kennen wir vielleicht von uns früher, wenn wir uns unsere erste große Liebe zurückdenken. Die kommt ja irgendwann. Diese erste Kuss, dann die erste große Liebe, erste Freund, erste Freundin. Und dann kommen die mit nach Hause und verschwinden im Zimmer. Und die Eltern werden langsam wahnsinnig. Boah, ist das jetzt aber still da oben. Vielleicht doch mal eine Wäsche hochbringen. Oder einen Kakao, der muss doch mal was trinken. Ja, der Feuerwehrlöcher könnte auch mal wieder ausprobiert werden. Na, also der eine Mutti war ganz cool. Die sagte zu mir, oh, ich mache es mir einfach mit meinem Mann auf der Couch bequem. Und ich so, bist du nicht nervös? Sagt sie, nee, wir haben das alte Babyphone aktiviert. Geht auch. Also, wenn man das mal hat, am besten behalten in der Pubertät, könnte sich das lohnen. Worauf Teenager auch nie wirklich Bock haben, kommen wir zum Thema Schule. Das ist auch ein schwieriges Thema. Da muss man vielleicht so eins, zwei, drei Sachen bedenken. Die haben nicht nur keinen Bock, Schule hat keinerlei Wert für einen Teenager. Und ich glaube auch aus vielen Gesprächen, dass der Startschuss, wann sie mal wieder mehr für die Schule machen wollen, der kommt wieder. Aber bestimmen die Teenies. Immer so ab der zehnten Klasse pegeln die sich so langsam wieder ein. Aber ich kenne es von mir, achte Klasse. Da hatte ich einfach keinen Bock. Ich habe letztens noch einen alten Geschichtstest von mir gefunden. Da war die Frage, wer war an der Schlacht am Teutoburger Wald beteiligt? Da habe ich geschrieben, Zweijägermeister. Und der Lehrer schrieb dazu, aber die wurden von Maria Krohn besiegt. Also, da trinkt vielleicht auch mal ein. Nee, Schule war da auch nicht so mein Ding zu dieser Zeit. Aber klar, als Eltern hat man eine Erwartung an die Schule. Eine Mutti hatte auch mal eine Erwartung an die Ferien. Die sagte, ja, der ist die ganze Zeit nur am Zocken. Das kann doch keinen Spaß machen. Die ganze Zeit nur auf diesem Zimmer. Er hat gesagt, doch, ich glaube schon, dass ihm das Spaß macht. Und ich habe das auch, oder gerade so unter uns Männern, wir haben das auch ganz gerne mal gemacht. Ich habe das zwei Jahre lang nur gemacht. Danach nie wieder. Irgendwann nimmt man wieder am Leben teil. Bennigt und Schwester Lisa, die waren auch letztes Jahr mit ihren Eltern im Sommerurlaub. Die ersten drei Tage waren die nur im Hotelzimmer, nur. Nach drei Tagen kam Lisa endlich mal raus und sagte, Mama, wie weit ist das Hotel vom Strand? Und die Mama sagte, ui, das ist ein Stück. Wir machen dieses Jahr Urlaub im Harz. Aber irgendwann, keine Sorge, nehmen die wieder am Leben teil. Und bis dahin liegt Lisa im Bikini im Wald. Was willst du machen? Weil wir halt eine Erwartung haben, unsere Teenager, die oft, ja, vielleicht so ein bisschen zu hoch ist in einigen Bereichen. Ich habe übrigens, das ist schon ein bisschen her, so einen schönen Satz zum Thema Erwartungen gelesen. Und ich würde den euch auch gerne mal vortragen. Genau, das ist eigentlich ein ganz schöner Satz. Habe Hoffnungen, aber niemals Erwartungen. Dann erlebst du vielleicht Wunder, aber niemals Enttäuschungen. Wisst ihr, wo ich den Satz gelesen habe? Auf der Toilette der Deutschen Bahn. Und da gehört er auch hin, meines Erachtens. Ja, ich blicke immer mal so ein bisschen auf die Kommentare. Ja, so einige kenne ich sogar. Hallo, seid gegrüßt da alle vor dem Bildschirm, vor dem Rechner, wo auch immer. Jetzt sind wir ein bisschen auf die Teenies eingegangen. Jetzt können wir auch mal ein bisschen, ja, auf die Eltern mal eingehen. Die sind ja auch nicht so einfach. Da gibt es nämlich, ja, kennt man diese Helikoptereltern. Das sind die, die quasi wie ein Helikopter über den Teenager kreisen und schauen, was sie den lieben langen Tag alles da unten so treiben. Da habe ich mich erst mal gefragt, ist meine Mutter eine Helikoptermutter? Ne, die ist Leiterin der Luftwaffe. Die kreist nicht nur, die kommt auch runter. Aber sie hat mittlerweile, ja, machen wir uns nichts vor, viele Nachahmer gefunden. Absolut. Und die geben Vollgas, diese Helikopterer. Die Institutionen gehen erst mal so einen Schritt zurück. Die schauen erst mal so ein bisschen, was auf sie zukommt. So ein Kindergarten zum Beispiel. Was war da immer hart zu mir? Da war ich immer in der Bärchengruppe. Und eines Vinders ist die Heizung ausgefallen, da hat der Kindergarten direkt reagiert. Da war ich in der Eisbärchengruppe. Aber das hat doch nicht geschah. Vorhin von mir ist Erzieherin, die hat was erzählt, das glaubt kein Mensch. Da gab es wohl Buchstabensuppe. Und die Sophie, die Lispelt, und da haben die das S aus der Suppe wieder rausgefischt. Begründung war, was Sophie nicht aussprechen kann, soll nicht in die Suppe. Da kam der ostdeutsche Erzieherin, sagte, ich bin der Ronny Askerer, sagten die Kids, jetzt müssen alle Buchstaben raus. Und seitdem hat er auch den Spitznamen Klare Brühe. Überall sind sie, die Heli-Eltern, in der Schule auch. Bekannte von uns, die ist schon seit Jahren, eigentlich schon seit Jahrzehnten, ist die Biologie-Lehrerin. Und sagt, klar, haben wir ab und zu mal das Thema Aufklärung. Aber früher war das ganz geschmeidig. Da hat man mal so einen alten Holzpenis durch die Reihen geben lassen. Und da konnten die Schüler üben, so ein Kondom drüber zu schülpen. Und gut ist, heute sagt sie, wenn ich es mal mache, ich stimme alles mit den Eltern ab. Ich spreche lieber alles mit den Eltern ab. Die hat beim letzten Elternabend einen Holzpenis durch die Reihen geben lassen. Das hat die gemacht. Gut, eine Mutter hat es falsch verstanden. Die sagte am Ende, ich würde drei nehmen. Und dazu noch meine Lieblingsfrage. Sie fragt, wonach ist das Holz aus der Region? Klar, ist ja wichtig, dass es ein Mainzer Holzpenis ist. In dem Moment sagen immer viele Teenager zu ihrer Mama, zu ihrem Papa. Mama, Papa, bist du? Jetzt kommt normal immer mein Peinlich-Chor. Vielleicht macht es ja irgendjemand. Mama, Papa, bist du? Schreibt mal peinlich alle. So ein paar wenigstens. Ja, so langsam kommt es. Ja, peinlich. Da sind wir Eltern peinlich für die Teenies. Ja, ja, absolut. Muss ja auch so ein Stück weit so sein. Manchmal ist es begründet, manchmal unbegründet. Letztens war es begründet. Dann kam ein Vater zu mir, der sagte, ich würde gerne so ein cooler Kumpeltyp mit meinem Sohn sein. Da habe ich gesagt, das soll doch kein Kumpeltyp sein. So soll es ein Vater sein, an der er sich orientieren oder einmal reiben kann. Ich meine, mein Vater ist auch ein super Typ, aber ich möchte nicht sein Freund sein, was der im Urlaub immer anzieht. Seine Bermuda-Shorts runtergezogen bis zu den Knien, seine Ringgesöckchen hochgezogen bis zu den Knien. Sein uraltes Herbeihemd zu einer uralten Birkenstackse. Ich möchte nicht sein Freund sein. Ich werde nie vergessen, wir standen einmal im Kofferband am Flughafen. Da hieß der Klamottenkoffer von meinem Vater ist weg. Die Leute haben applaudiert. Das war ein riesen Laola ums Kofferband. Nee, man ist auf einmal peinlich. Ist natürlich auch begründet, weil wir haben gesagt, Job des Teenagers ist es sich abzunabeln. Und so ein Abnabeln macht ja nur Sinn, wenn ich das peinlich finde, was ich da mache, die Eltern. Wenn ich das einfach doof finde. Oder andersrum gesagt, wenn man für die Teenager ja letztlich diese schlimmsten, peinlichsten, nervigsten Menschen, Eltern der Welt ist, da hat man ja eigentlich alles richtig gemacht, weil das ja letztlich der Job ist, des Teenagers sich abzunabeln. Also wenn ihr Teenager im Auto habt, es läuft Helene Fischer im Radio, dann kröpelt bitte ganz laut mit. Ihr tut es für die Entwicklung eures Kindes. Vier Stunden zum Bodensee, atemlos durch die Nacht, danach findet Abend und Abend nun ganz gut statt. Würde ich mal so schätzen, so ganz grob. Ein Teenager stellt sich ja eh immer zwei Fragen der Pubertät. Wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Und wer bin ich vor allem für die anderen? Die Kumpels sind immens wichtig, was die über ihn denken. Mein Vater war nie wichtig, was die Kumpels über mich denken. Und er kam immer einfach so rein stolziert. Dann stand er so da, vor meinen Kumpels im Zimmer, in seinem HSV-Schlafanzug. Da hat er es auch immer mit Jugendsprache probiert. Das ging eigentlich immer in die Hose. Ich habe das sogar im Nachhinein mal gegliedert. Peinliche Anrede, peinliche Begrüßung, peinliche Aktion. Da kam er mal rein und sagte, na ihr Tschecke, was geht hier ab, ey crazy people? Ich habe hier volle Kanne Kakao von deiner Mutter, Alter. Meine Mutter stand in der Tür und sagte, ich bin alleinerziehend. Mit Mann im Haus. Geht es eigentlich noch peinlicher? Ja, es geht noch peinlicher für einen Teenager in der Öffentlichkeit. Wenn viele zugucken, findet er das auch nicht so dolle. Weil Jakob, schönes Beispiel, der sagte sogar letztens seiner Mama, Mama, wenn wir jetzt einkaufen gehen, dann kennen wir uns nicht, sagt er. Und da waren sie im Saturn, da wollte er natürlich so ein Playstation-Spiel haben. Und sagt, Mama, ich bin FIFA 20. Da hat die Mama den zur Information geschleppt und hat gesagt, rufen Sie mal die Eltern aus. Der schnort mich hier an. Den kenne ich nicht, der läuft mir schon den ganzen Tag hinterher. Das ist dann alles peinlich. Oder so die Treffpunkte bei Klassenfahrten, auch immer peinlich. Da müssen die Eltern, die Teenies teilweise 100 Meter vorher rauslassen. Viele Eltern werden es jetzt wissen, weil es einfach zu peinlich ist, wenn die zum Treffpunkt kommen. Der Jakob sagte zu seiner Mutter, er hätte einen Ruf zu verlieren. Ja, die Mutti hat dann zu mir gesagt, ich habe das jetzt nicht so gemacht. Also ich bin jetzt auch nicht hin und habe gesagt, ich liebe dich und vermisse dich. Nee, ich habe ihm einfach wortlos seinen Teddy in die Hand gedrückt. Und dann war das auch okay. Dann war das für den Teddy wahrscheinlich peinlich. Nee, man ist peinlich. Und das muss, haben wir ja auch gesagt, genau, hier steht jetzt alles peinlich, peinlich. Nee, ihr seid nicht peinlich. Einer schreibt, ich muss das mit meinen Eltern gucken. Das ist dann, aber das macht meistens Spaß. Also oft ist das cool, wenn nur an meinem Programm die Teenager mit den Eltern da sind. Das ist so ein gegenseitiges, ja, ständig beobachtet man sich und schaut und denkt so, ach, das könnte doch bei uns ungefähr genauso sein. Könnte ab und zu, könnte ab und zu passen. Gehen wir noch ein bisschen zum Teenager einfach mal so zurück. Was machen die so? Der liebe lange Tag. Ich habe jetzt auch letztens mal wieder eine Mutti gefragt, was machen die eigentlich so? Essen, schlafen, chillen. Essen ist klar, weil Appetit wird ja auch langsam erwachsen. Die haben Hunger, vor allem die Jungs, die haben richtig Hunger. Eine Mutter sagt letztens zu mir, meiner ist nicht, der schreddert. Der hat Hunger. Ich sehe es an Benedikt. Der hat auch so ein Hungergesicht. Also dem sieht man an, wenn er Hunger hat. Der ist letztens am Vogelhäuschen vorbei, da sind die Vögel abgehauen. Sicher ist sicher. Wir waren einmal Sonntagmorgens mit dem Brunchen. Der hatte so viel auf seinem Tisch gesammelt. Der war so viel auf diesem Tisch, es haben sich Gäste bei ihm angestellt. Teenager haben Hunger. Auch natürlich, und das werdet ihr auch alle wissen, zu allen Tages- und vor allem zu allen Nachtzeiten. Da kann man ja froh sein, wenn sie ab und zu mal schlafen und chillen. Schlafen ist auch nicht so einfach bei Teenager wegen des Schlafhormons. Es gibt so ein Schlafhormon. Melatonin heißt das. Das wird bei Teenagern zwei Stunden später ausgeschüttet als bei Erwachsenen. Das heißt, sie werden später müde und kommen dann abends nicht ins Bett und kommen dann vor allem auch dann morgens nicht raus. Weil alles zwei Stunden später ist. Bei Teenagern kann man so unterschreiben. Im Studium hatten wir mal eine Tiefenpsychologin da, die sagte auch mal, wenn ihr morgens um sechs Uhr aufsteht, sagt ihr dann ja zu dem Tag oder nein zu dem Tag. Da sagt der Student in der ersten Reihe, da sage ich gute Nacht zu dem Tag. Wer will es ihm verdenken? Deshalb kommen die morgens wirklich dann schwer raus, weil die Schule halt in Deutschland noch relativ früh anfängt. Vielleicht zu anderen europäischen Staaten. Und dann kommen die raus. Und dann geht es halt richtig runter. Die sind dann schlecht gelaute. Und oft werden auch einige wissen, die suchen die was. Lieblingsoberteil nicht gewaschen. Nein, 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 nicht gewaschen. Handy, Ladekabel, Kopfhörer. Wo sind die Kopfhörer? Schlüssel und natürlich die obligatorische Busfahrkarte. Und wer ist dran schuld? Klar, wer ist dran schuld? Mutti, ne? Mutti ist, das sagen die ja oft so, Mama, du bist schuld. Du hast sie versteckt, die Busfahrkarte. Du hast sie versteckt. Klar stehen wir nachts auf und verstecken die scheiß Busfahrkarte. Ist ja logisch, ne? Das hat mir nichts Besseres zu tun. Also geht es richtig rund morgens, man kann es glaube ich so sagen, morgens halb zehn in Deutschland. Eine Teenie-Mutter sagt, scheiße aufs Knoppers, ich brauche erstmal einen Schnaps. Und das ist, liebe Leute, gerne jetzt mal zu Hause einen trinken, genau. Das ist auch ein bisschen von der Pädagogik gewollt. Denn man darf nie vergessen, in dem Wort Pubertät steckt das englische Wort Papp drin. Da hat sich einer was dabei gedacht. Im Wort Publikum übrigens auch. In diesem Sinne, Prost zu Hause. Lasst es euch gut gehen. Ne, ansonsten wollen Teenager, das haben wir gesagt, essen. Nicht aus dem Bett raus, klar, weil sie halt lieber, und so heißt auch das Programm, chill mal. Die wollen am liebsten chillen. Die wollen am liebsten zu Hause abhängen. Benni auch, der kommt von der Schule direkt nach Hause. Der legt sich aufs Bett, zieht Kopfhörer auf. Da ist gar keine Musik drauf. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich gehe auch nicht mit der Leine raus und lass einen Hund zu Hause. Ich hole ja nicht den Aufzug runter und auf die Treppe. Das ist doch Käse. Aber die denken dann anders. Vor allem denken sie so, dass sie halt sagen, ich will chillen. Auch ein schönes Beispiel. Benni, der ist schon ein bisschen her, hat eine Uhr bekommen, die zählt Schritte. Und er hatte letzten Sonntag, den kompletten Sonntag, 23 Schritte. Die Eltern haben es mit Humor genommen. Die Mutter hat ihnen auf dem Weg zum Klo die Wanderschuhe hingestellt. Mit, die Schwester im Flur die Zielflagge gehisst. Und der Vater am Ende vom Dach Blasenpflaster verteilt. Nee, die wollen nicht mehr. Die gehen nicht so gern laufen. Die wollen lieber, wie gesagt, chillen. Und wer viel schläft, der kann natürlich auch nicht so viel helfen. Also Haushalt ist jetzt auch nicht so die größte Stärke. Die wissen natürlich Bescheid. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Also gehe ich das Risiko mal besser nicht ein. Das ist der Teenager clever. Aber da bin ich immer so, oh, das gibt es zwei. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich war immer bei Bennet und Lisa und den Eltern beim Abendessen eingeladen. Das war ein Schauspiel. Das war ein Schauspiel. Alles schön gegessen. Dann hilft Bennet noch, den Tisch abzuräumen. Dann nimmt er die Butter. Der trägt die Butter bis zum Kühlschrank. Er schafft es aber leider nicht, die Kühlschranktür zu öffnen und die Butter reinzulegen. Ausrede auch super. Er sagte, sie wäre ihm unterwegs zu schwer geworden. Klar. Wie soll die so schwer sein? Das war eine leichte Lettung. So ein Quatsch. Und nur einen Tag später schaffte er es tatsächlich, die leere Wurstverpackung, jetzt kommt es, in den Kühlschrank zu legen. Ist ja klar, die war ja nicht so schwer. Das kann man schaffen. Sein Kumpel lässt immer eine Scheibe drin. Der ist auch deutlich kräftiger. Ja, so machen das Teenager gerne. Die vergessen das. Der wird gerne mal. Ja, die Pizza bleibt schwarz im Ofen. Der Topf brennt an. Die schmieren sich im Brot, gehen raus und lassen alles liegen. Das ist so ein bisschen das Vergessliche, was Teenager bei denen halt auch immer mal gerne mit drin ist. Also sie chillen gerne. Haushalt eher weniger, haben wir schon gesagt. Das ist immer so, ja, echt schwer, die da so ein bisschen zu ermuntern in diese Richtung. Und am liebsten chillen sie, klar, mit Handy in der Hand, mit Smartphone in der Hand. Ist ja logisch, dass sie ihnen am liebsten. Und Nisa sagt jetzt auch, ich müsste jetzt auch mehr zu Instagram, müsste ich gehen. Und mittlerweile bin ich ja auch bei Instagram. Aber also ich habe dann erst mal gefragt, was mache ich? Da sagt sie, da bekommst du Follower. Da habe ich gesagt, was ist nochmal Follower? Da sagt sie, Follower, das sind Leute, die wollen die ganze Zeit über dein Privatleben beobachten. Da habe ich gesagt, ich komme vom Dorf, bei uns gibt es das schon lange. Bei uns heißt das Nachbar. Und mein Follower hat sogar noch meine Bohrmaschine. Der Sack fällt mir gerade ein. Der kann mal reinschreiben, aber wann er sie mir zurückgibt, rückgibt. Ne, Handy, Smartphone, da wissen die auch super Bescheid drüber. Die wissen, Lisa ist so pfiffig. Die hat mir jetzt auf meinem Handy eingestellt, dass sobald jemand bei mir anruft, der Name des Anrufers laut genannt wird. Da war ich letztens im Wartezimmer beim Arzt, gehe auf einmal mein Handy los. Heinz, Heinz, zwei sind raus, die dachten, sie wären dran. Ja, da tue ich mich schwer mit diesem Smartphone. Wir waren letztens in Frankfurt in der U-Bahn. Auf einmal höre ich, nächste Haltestelle Hauptbahnhof, nächste Haltestelle Hauptbahnhof. Ich steige ganz schnell aus. Weit und breit kein Hauptbahnhof. Das war von einem Jugendlichen der Klingelton. Der hat sich an der Scheibe kaputt gelacht. Aber ich hatte Glück, drei Stunden später habe ich den Bus wieder getroffen. Habe ich mich ganz leise hinter den gestellt. Auf einmal ging mein Smartphone los. Fahrkarten bitte. Ja, der ist geflitzt. Ja, flitzen machen sie gern. Sie treiben schon Sport, wobei chillen natürlich, haben wir ja gesagt, schon die Lieblingssportart ist. Das bedauern auch in der Tat viele Eltern, was man so raushört. Letztens kam auch wieder eine Mutti zu mir und sagte, ja, ja, der war früher immer mit uns wandern. Der ging immer mit uns wandern, gerade zu diesen Zeiten natürlich. Der kann doch mal wieder mit wandern. Nee, der geht nicht. Nee, nee, der hat, habe ich auch gesagt, der hat vielleicht nicht mehr so Bock. Der ist dann mehr so auf der Bude. Oder sie müssen es ein bisschen reißerisch, motivierter formulieren. Gehen sie doch mal nicht hin und sagen zu ihm, komm, wir gehen wandern. Sondern sagen sie mal, komm, wir machen Chillin' to go. Chillin' to go, hat sich viel spannender an. Und das hat sie gemacht. Und es hat tatsächlich geklappt. Er war mit. Und nach einer Stunde im Wald sagt er, scheiße, wir gehen doch hier wandern, oder? Also, Chillin' to go, hä? Aber immerhin. Trickklapp noch einmal, würde ich sagen. Wobei, wir haben schon gesagt, wir vergessen viel. Drei, vier Mal kann man das schon probieren. So ist das eine verrückte Zeit mit Teenagern. Wir sind jetzt so ein paar Themen durchgegangen. Ich hau jetzt mal immer ein bisschen in die Kommentare rein. Vielleicht kommt ja, ihr könnt mir auch gerne mal eine Frage stellen zum Thema Teenager. Klar, macht das. Ich bin ja da und ich beantworte die gerne. Ich probiere es natürlich auch humorvoll und informativ. Von daher seid ihr da herzlich eingeladen. Ich sehe die ganze Zeit schöne Grüße. Das ist total nett. Ich grüße auf jeden Fall auch die Keep Cool Mamas. Das ist eine Facebook-Gruppe von uns. Und da sind 12.000 Muttis drin. Und ich hoffe, dass da auch vielleicht so ein paar mitschauen. Das wird mich freuen. Ansonsten sehe ich schon sehr schön, wie da viele mich grüßen. Oh ja, Schwarzwald auch. Schwarzwald waren wir auf Klassenfahrt. Nee, Freudenstadt. Bad Rippolzau. Das ist schon ein bisschen weiter. Bad Rippolzau, Schabbach waren wir auf Klassenfahrt. Ach, eine Klasse, Klassenfahrt. Und so eine Klassenfahrt, um es jetzt mal ein bisschen in die Pubertät zu bringen, ist ja auch schon die erste Probe, das Loslassen zu üben. Weil Eltern und Kinder einfach mal so vier, fünf Tage voneinander getrennt sind. Wir hatten auch einen dabei, der hat ständig mit seiner Mutter telefoniert. Die ganze Zeit, Mutti, jetzt komm vorbei, jetzt hol mich ab. Ich halte das hier nicht mehr aus. Aber die Mutter, die ist sehr standhaft geblieben. Die sagte, du bleibst, du bist der Klassenlehrer. Und dann musste der bleiben. In Bad Rippolzau. Schabbach. War ja dann kein Problem. So, oh, wir haben auch Herzchen, ist ja auch nett. Guck mal da, wie schön. Ja, so ist das mit den Teenagern, ist gar nicht so einfach mit denen, klar. Ich glaube, das Programm insgesamt geht natürlich viel, viel länger. Das ist mehr Infos, noch mehr witzige Begebenheiten, die ich dann erzähle. Übrigens wieder im September im Unterhaus, hoffe ich zumindest. Vielleicht sehe ich da den einen oder anderen. Das würde mich freuen, im Mainzer Unterhaus begrüßen zu können. Ich glaube, so ein paar Sachen kann man noch sagen, was ich immer wichtig finde, ist, mit dem Teenager auf Augenhöhe zu kommunizieren, im Gespräch zu bleiben, sagt man immer so schön. Sich interessieren für den Teenager, auch mal mitzocken, das finden die brutal gut, wenn sich Papa auf einmal interessiert und dann irgendwie so ein Spiel, Computerspiel einfach mitspielt. So FIFA 20 zum Beispiel, finden die super. Manchmal Verständnis haben, weil halt gerade hier diese Bauarbeiten, die gehen halt immens ab und alles bei laufendem Betrieb, darf man ja auch nicht vergessen. Manchmal vielleicht so ein bisschen an seine eigene Pubertät denken. Das kann auch nicht schaden, ich war auch nicht einfach in der Pubertät. Ja, warum hat es zu meiner Mutter gesagt, Mutter, ich will das nicht, ich sehe das gar nicht ein, ich habe da gar keinen Bock zu. Meine Mutter sagte immer, komm mal Vater, der Bub wird erwachsen. Mein Vater sagte, schlimmer, der wird wie seine Mutter. Ja, ich war da auch, ich war da immer kurz noch ab, ich war auch immer so ein Türzuschläger. Das machen Teenies glaube ich auch, die Türen so zuhörern, so vor Wut. Ja, ich habe das auch immer gemacht. Meine Mutter sagte irgendwann, Vater, du gehst jetzt auch mal dahin, du bist auch erziehungsberechtigt. Und dann kam mein Vater zu mir aufs Zimmer und mein Vater ist so ein sehr kühler Typ, würde ich sagen. Der sagte einfach nur, Bub, so geht es nicht weiter. Ich hänge die Tür aus. Ja, da hatte ich drei Tage Duschwagen, Hello Kitty, ging auch vorbei. Von daher, da gebe ich noch einen schönen Geschenketipp. Ja, ja, das dauert bis November, bis der aktuell ist. Aber der hat mir eine Mutti erzählt, ich fand den großartig. Und zwar, die hat ihrem Sohnemann auch ein klassischer Türzuschläger, so puf, hat sie dem einen leeren Adventskalender geschenkt. Einen leeren, ohne Schokolade, mit offenen Türchen. Und sagte zu ihm, so jetzt kannst du im Dezember jeden Tag ein Türchen zuschlagen. Scheint dir ja Spaß zu machen. Da hat er Augen gemacht, weil Mutti konnte vorher die Schokolade futtern. Also klassische Bewindsituation für die Mutti. Okay, also was haben wir gesagt, auf Augenhöhe Verständnis haben, ist glaube ich wichtig. Dann so ein bisschen natürlich auch im Gespräch bleiben, die Sachen auszuhandeln, haben wir auch gesagt. Da hat meine Mutti letztens, meine Mutti, eine Mutti letztens eine E-Mail geschrieben. Ich fand es, guck mal, ob ich zusammenkriege, sie fand die eigentlich ganz schön. Sie schreibt nur, lieber Herr Jung, wir haben uns tatsächlich probiert, mal hinzusetzen und die Dinge auszuhandeln. Seitdem ist es mit der Wäsche in den Wäschesack gelegen und dem Weggehen deutlich besser geworden. Dann noch mein Lieblingssatz, ich schrieb noch so schön, ich hätte ja nie gedacht, dass mein Mann noch so lernfähig ist. Also man kann immer weiterhelfen und Männer sind ja auch so ein bisschen immer in der Pubertät. Oder was würdet ihr sagen? Ja, eigentlich schon, auf jeden Fall. Ja, ja, das sehe ich ja zumindest bei mir zu Hause. Ich habe immer, ich mache ein paar Teenager auch, haben sie mir gesagt, ich mache das glaube ich auch schon seitdem. Ich habe immer so einen Stuhl, wenn ich denke, T-Shirt geht noch, dann mache ich es immer über den Stuhl. Mittlerweile sind einige T-Shirts über dem Stuhl. Meine Freundin hat es letztens gewagt, das T-Shirt, was ganz unten war, herauszuziehen. Darauf stand Krönemeyer 95. Dann sagt sie, wir haben einen Schrank, du, wir haben einen schönen großen Schrank. Ja, ist ja gut, jetzt steht der Stuhl im Schrank. Also von daher, ich glaube wir auch, Männer sind immer so ein bisschen in der Pubertät drin und bleiben. Ja, wir versuchen die Sachen mit Humor zu nehmen, auch in dieser schweren Zeit, die Sachen mit Humor zu nehmen. Ich wollte mich bei ein paar Leuten auch einfach noch bedanken hier von der Halle 45. Da hat man mir netterweise hier einen Wagen hingestellt, damit ich auch die Technikfirma mit den Namen behalte. Und die Soundline heißt, die sind netten Techniker hier, die hier für uns arbeiten und die das großartig machen. Und da wollte ich mich noch bedanken. Und wir bedanken uns natürlich sehr, weil halt die Kultur oder wir Kulturschaffende eine schwere Zeit gerade haben und uns die Regierung, die Landesregierung so ein bisschen vergisst. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Von daher sind wir immer froh, wenn wir so eine Möglichkeit haben, hier zu spielen, vielleicht auch ein paar Euro noch mitzunehmen als Spende. Und das ist eine großartige Sache und toll, wenn ihr uns da unterstützt. Weil ja, da sitzen wir alle in einem Boot hier und da haben wir auch wirklich, muss man echt sagen, keine leichte Phase. Umso mehr ist es dann wichtiger, auch manchmal die Sachen mit Humor zu nehmen. Das mache ich auch in den Büchlein. Ihr habt zwei Bücher zu dem Thema geschrieben. Und zwar einmal Dein Ernst, Mama. So peinlich kommen wir nicht mehr zusammen. Ja, so ist das mit den Teenies. Und chill mal, das Buch zum Programm. Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig. Denn mit Humor, wissen wir auch, geht alles leichter. Ich hoffe, dass ich keinen vergessen habe. Ihr könnt natürlich immer klar mal auf die Homepage gehen. Facebook, Instagram, genau. Wenn ihr meinen Bohrer zurückbringen wollt, zum Beispiel. Ich finde, mit Humor geht vieles leichter. Auch so eine Zeit jetzt, deshalb ist das unbedingt nötig. Weiß aber auch, dass es nicht in jeder Situation geht, nicht an jedem Ort. Meine Tochter geht in den Kindergarten. Und als Elternteil finde ich es total super da. Vermisse es auch total. Ich finde es total super. Als Comedian eher schwierig. Weil Eltern verstehen ja echt keinen Spaß. Ich konnte es nicht glauben, aber es ist so. Mein Liebesbeispiel ist, mittlerweile kommt man in vielen Kindergärten rein. Und da ist da so eine Tafel. Da stehen die aktuellsten Krankheiten drauf. Und einmal stand drauf, 10. Mai, Mund, Hand, Fuß. Das ist so ein fieser Ausschlag. Da habe ich einfach drunter geschrieben, 11. Mai, Bauch, Beine, Po. Ja, wie es so ist. Die Erzieher haben gelacht. Die Eltern haben gegoogelt. Mich kann man auch googeln. Und ja, das ist so ein bisschen von meinem Teil, von meinem Programm. Ich kaufe aber noch gerne ein bisschen in die Kommentare. Ich bleibe gerne noch ein bisschen hier. Und jetzt noch ein bisschen. Stellt mir ruhig Fragen zu allem Möglichen. Was hat dich am meisten begeistert und geprägt als pubertierender Teenie, was mich am meisten begeistert hat. Ich komme vom Dorf aus dem kleinen Örtchen Hüffelsheim. Hier grüße ich alle Hüffelsheimer. Und begeistert hat mich immer, wenn es rausging, wenn es in die Großstadt ging. Da war meins natürlich die nächste Großstadt. Ich werde aber nie vergessen, wo ich zum ersten Mal in Berlin war. Und das war toll. Da waren Ampeln. Da gab es zweistellige Hausnummern. Sogar dreistellige, vierstellige mit Buchstaben. Das war total verrückt. Und das habe ich einfach, ich habe großartige Erinnerungen ans Landleben. Aber wo ich dann wirklich begeistert war, war bei diesen Klassenfahrten oder auch mit den Eltern, wo es in Urlaub ging, zu den tollen, großen Städten. Mittlerweile bin ich großer Berlin-Fern. Und genau, Nicole aus Berlin passt auch gerade schön. Sei nett gegrüßt. Das fand ich immer schön. Da auch mal von so raus aus. Das ist ein kleines Dorf. Ich sage mal, wenn man mit dem Bus hinten aufsteigt, dann ist man schon wieder aus Höfelsheim draußen. Von daher ist man mal froh, wenn man ganz rauskommt in die Großstadt. Und für uns war ja schon Großstadt der Nachbarort Hagesheim, wo es zur Schule ging. Der hat ja auch schon immer ein paar mehr Einwohner gehabt als wir. Da sind wir ewig mit dem Bus hingefahren. Ich sitze hier gerade mit meiner knapp 17-Jährigen Puppa-Lady und wir haben viel zu lachen. Das ist der nette Teil zusammen. Häufig abwechselnd und definitiv von Herzen. Ja, das mag ich so ein bisschen an dem Programm, muss ich sagen, weil der nicht nur für Eltern ist, weil ich nicht nur auf die Teenager quasi losgehe, sondern auch auf die Eltern, die auch nicht immer alles richtig machen, dass die Pubertätszeit einfach eine schwere Phase auch ist. Ich sage immer, es ist so ein emotionaler Nebel. Man versinkt in diesem Nebel drin, aber man kommt irgendwann raus und dann lieben sie einen genauso wie vorher. Da braucht man sich da keine Sorgen zu machen, aber da muss ich zwischendurch gerieben werden. Und kannst du mich grüßen? Jonathan hieß, schrieb, kannst du mich grüßen? Ja, habe ich quasi gemacht. Genau, ja, noch ein paar schöne Kommentare hier. Ja, sehr schön. Oh ja, ja, das stimmt, ja, das stimmt. Also zum Zimmer noch kommt noch der Geruch, also noch mehr der Geruch, vor allem der Geruch des Teenagers. Der ist schon, ja, das stimmt, das ist, bei Ben liegt auch, die haben einen Hund und wenn die Sporttasche da liegt mit seinen Sachen, die schmeißt er dann immer in den Flur rein und letztens war der Hund da, der hat gejault. Der hat gejault und ich glaube sogar, so einer kann nie ein Polizeihund werden, der Arme, weil wenn da mal eine Erpressertasche ankommt, der haut ab, der geht da nicht mehr ran. Diese fiesen Sporttaschen, wissen wir alle, wenn da der Reißverschluss aufgeht, oi, 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 oi. Aber ich kenne es schon, das kenne ich von mir deshalb, zur Schulzeit, wo man gerade bei der Schulzeit war, im Ölchen Hagesheim, neben mir saß Rainer, Rainer ist ein super lieber Kerl, auf den lasse ich nichts kommen, aber Rainer hat gerochen, der hat gerochen nach, ja, und das ist auch durchaus normal in der Pubertät, ich meine, die Schweißdrüsen entwickeln sich, das kann passieren, klar, auf jeden Fall. Also wenn so ein paar Schmeißfliegen auf einer halben Orange sitzen, ein paar Teenager laufen vorbei, dann ziehen die weiter, dann denken sie, ach, da ist besser, also das ist ein Stück weit normal. Bei Rainer war es auch so, Problem war eher nicht, dass er gerochen hat, das ist, wie gesagt, normal, leider, er hat es nicht so gedacht, dass das so ist und, ja, wir haben ihn das nicht so gerade rausgesandt, sondern eher so subtil, mal so durch die Blume, so, ne, ja, war mal ein bisschen feige. Einmal hat der Maddelehrer gebrüllt, achtmal vier, haben alle gebrüllt, Rainer, ja, so war das. Und natürlich haben wir gelacht, natürlich haben wir gelacht, als der Lehrer fragte, Rainer, warum hast du keinen Hausaufgaben gemacht? Und er sagt, Rainer, sorry, habe ich verschwitzt, klar, haben wir da gelacht. Also der Geruch ist schon, aber das ändert sich ja auf einmal wieder, wenn auf einmal ganz viele, es gibt doch viele Muttis, die mir erzählen, dass sie auf einmal in ein Zimmer reinkommen, wo zehn Jungs gefühlte 30 Diorongs auf der Haut haben, da denkst du auch, boah, das ist ein Geruchscocktail, das musst du erst mal mit einem Döner neutralisieren. Also das ist auch nicht so einfach, also es gibt bei Teenagern, auch mit dem Duschverhalten zum Beispiel, es gibt selten die Grauzone, es gibt entweder schwarz oder weiß, entweder machen sie es gar nicht oder sie machen es ständig, das ist mir so ein bisschen ausgefallen. Kommst du eigentlich aus Hüffelsheim? Ja, da komme ich her, also das war jetzt eigentlich falscher Dialekt. Ja, da komme ich her, aus dem kleinen Dörfchen Hüffelsheim bei Bad Kreuznach, genau. Ja, das ist ganz nett, 300 Einwohner, zwei Nachnamen, das passt. Er hat zum ersten Mal gelacht, die ganze Zeit habe ich es probiert, jetzt hat es geklappt. Ja, ist schon ein bisschen größer auf jeden Fall, aber ja, da macht es Spaß, wenn man da groß wird. Ich lese nochmal so ein bisschen durch und hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Es ist enorm, nicht so einfach, das vor quasi leeren Kulissen zu machen und ich denke, es hat ganz gut gepasst. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr habt noch kurz Zeit, dann würde ich das auch noch so genau, dann könnt ihr auch noch ein bisschen was fragen, wenn ihr möchtet. Ansonsten bedanke ich mich schon mal sehr bei euch und hoffe, dass ihr noch eine schöne Zeit habt und noch einen schönen Abend, noch ein schönes Wochenende. Ich lege es so ein bisschen langsam, weil vielleicht kommt ja doch noch was. Von daher noch eine Frage und ja, dann danke ich mich, wie gesagt, bei allen hier und hoffe, wir sehen uns bald live auf der Tour, das wäre ja auch sehr schön. Und dann bringt ihr alle euren Teenies mit und Oma und Opa mit und alle zusammen und dann haben wir mal den Spaß. Und bis dahin sage ich Dankeschön, macht's gut, euer Matthias. Tschüss, macht's gut, tschüss. Für uns geht's darum, Kultur in die Wohnzimmer zu bringen. Und es wird ein vielseitiges Programm geboten. Ich bin jetzt gerade total glücklich, weil es so schön gelaufen ist und ich eigentlich wollte, dass es nie endet. Das Konzept ist natürlich super, das ist ja gar keine Frage. So läuft's, man muss zusammenhalten hier in der Krise. Der Plan war halt einfach, dass wir zu euch ins Wohnzimmer kommen. Es ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir wollen rocken und wir können mal wieder zusammen spielen. Und es war sehr professionell heute Abend, es war super, ich hab mich sehr wohl gefühlt. Und es war wirklich so, wie wenn man es richtig gemacht hätte. Prost! 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 Bis zum nächsten Mal.